Hallo liebe YouTube-Gemeinde! Ich muss hier meine Music mal ein bisschen runterstellen. Und willkommen bei einer neuen Folge Minecraft. Und zwar möchte ich heute hier weitermachen. Zuerst mal gucken wir hier nochmal genau, wie wir das brauchen. Da habe ich natürlich jetzt mal wieder vollkommen versagt. Ich hoffe mal, dass das aber kein Problem sein wird. Ja komm schon. Ähm, da sind sie doch. So, ich muss nämlich als erstes mal gucken. Ah, Moment. Die schule ich auch mit. Gut, wir sind ja hier hinten an unserem kleinen süßen Mob Tower dran. Und ich muss mal schauen. Oh, hier ist ein Element verreckt. Wie rum das hier nochmal war. Normalerweise müsstest du. Doch da hinten, das dann Receiven. Bin ich jetzt total behämmert hier. Ähm, der macht das definitiv ja nicht. Oder ist hier was falsch eingestellt. Gehen wir mal auf Frequenz 1. Und da auch mal auf Frequenz 1. Also, aha. Also, da ging es nur nicht mit Frequenz 0. Aber so funktioniert es. Okay. Also, dich da brauche ich. Okidoki. Dann fangen wir mal hier oben an. Also, ich würde ja gerne die Spawner, die Monsterspawner etwas mehr in der Mitte haben. Das heißt, ich muss mit den Tierspawnern etwas weiter weg gehen. Ähm, jetzt setze ich mal anstelle von den Spawnern einfach Holz hin. So. Also, wenn der erste Spawner da ist, dann wäre da einer und dann wäre da einer und dann wäre da einer. Gut. Okay. So viel dazu schon mal. Dann habe ich vor, diese da oben dran zu setzen. Und zu drehen. So. Dann kann ich da aber keinen Redstone hin machen. Jetzt ist jetzt die Frage, ob das da den Block mitmachen würde. Ich glaube nicht. Doch. Dann müsste... Das Ganze etwas anders passieren. Und zwar so. Und dann so. Das tun wir jetzt mal auf 1. Und dann wirst du eigentlich dieser Block mit befeuert werden. Da hinten ist mal eine Quelle. Äh, das probieren wir jetzt mal aus, indem wir da eine Fackel hinsetzen und tun hier hinten anmachen. Ah, und dann sehen wir ja, die Fackel ist aus, also das würde funktionieren. Würde das... So denn auch funktionieren? Nein. Gut. 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 Also muss das so laufen. So. Auf 1. Auf 1. Und... Perfekt. Das heißt, da könnte unser erster Spawner hin. Jetzt müssten wir nur gucken. Die Position ist vielleicht nicht ganz so gut. Tun wir das so machen. So. Und... So. 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 Und... So. Ah, komm her. Wie sieht es mit meinem Jetpack aus? Oh, das ist nicht mehr ganz so fit. Gut. Damit hätten wir die ersten 4 gemacht. Weiter geht's. Jetzt die nächsten Spawner. Die nächsten Spawner hätte ich gerne hier. Das heißt... Ähm... So. Das heißt, wenn ich da den Spawner habe, dann kann ich da dann ansteuern. Und das ist auch der erste Spawner, den ich jetzt machen werde. Ähm... Ja, dafür gehe ich mal hier einfach weg. Und da so. Und dann setze ich mal hier meinen ersten Cajun. Zack. So. Und dann baue ich hier mal mit der Axt. Die Star ab. Und so. Und baue da hin. Und... Okay. Da kommt mein erster Cajun. Den dreh ich jetzt mal... auf die 1. Und... Jetzt müssen wir uns einen Soul Shard machen. So. Soul Shard tier 5. Wir hatten ja auf jeden Fall schon mal alle Tiere gehabt. Auf 5. Äh... Ich hole mir jetzt erst mal nur eine Q. Auf 5. Ach. Ja, natürlich. Ja, logisch. So. Wer sich wundert, ich musste ja neu anfangen, äh... Weil der Server abgeschmierten kaputt war. Und dementsprechend hatte ich schon angekündigt, dass ich das, äh... Mir jetzt hier so machen werde. Nur für diejenigen, die sich jetzt wundern. So. Caut tier 5. Und... Da hinten ist das Licht an. Das heißt, Energie ist da. Das heißt, eigentlich dürften jetzt keine Kühe spawnen. Der müsste jetzt aktiviert werden, sobald ich hier hinten ausmache. Haha. Und das passiert auch. Wunderbar. Und dann müssten die Kühe eigentlich hier unten sterben. Ah, wunderbar. Und da ist auch das gelaufen, was ich eigentlich hier haben möchte. Und zwar ist das die Essenz dessen, was wir hier produzieren werden. Und zwar Essenz. Ja, die Essenz dessen Essenz. Hört sich zwar im ersten Moment blöd an, aber... Diese Essenz ist, man könnte sagen, flüssige Erfahrungspunkte. Und flüssige Erfahrungspunkte sind natürlich extrem, ja, nützlich, sagen wir einfach mal. Weil damit kann man noch einiges andere machen. Jetzt brauche ich aber erst mal ein Control-Panel. Ein vorübergehendes. Das heißt, wir brauchen hier unten... An dieser Wand erst mal. Machen wir mal... Fangen wir mal da an. Da kommt ein Hebel hin. Und... Zack. Auf 1. Und den machen wir an. Und dann können wir den nämlich oben abreißen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wir sehen da das Fleisch und das Leder wird gesammelt. Direkt in die Kiste. Und in der Kiste dann... Perfekt. Wir sehen alles, was hier vorne produziert wird, geht direkt in die Kiste. Alles, was hinten rausfällt... Ah, ist das nicht genial. Gut. Funktioniert. Du bist natürlich hier komplett falsch. Du musst da runter. Ähm... Dass du hier oben und du hier oben bist, das stört mich nicht weiter. Ich möchte weitermachen. So. Weitermachen bedeutet... Mehr Tod bringen. Tod. Tod. So. Äh... Machen wir mal weiter. Eine Etage weiter. So. Das. Wir brauchen die Cages. Und Cage dahin. Hopp. Mal. Ah, da unten sehe ich Probleme. Ich mag keine Probleme. Ja. Hängt das da wirklich fest oder ist das nur ein Grafikfehler? Wieso wirst du nicht getötet? Hm. Naja, das wird sich noch rausstellen. So. Der nächste, bitte. Der nächste wird, äh... Empfänger. Auf Spur 2. So. Ich brauche noch Cages. Machen wir noch mal 5. Machen wir noch mal 5. Äh, machen wir noch mal ein paar mehr. So. Die Tiere machen wir schön brav außen hin. Ähm. Ich glaube, es wäre eine sinnvolle Geschichte, wenn ich mein Jetpack aufladen würde. Damit ich nicht gleich mal eine Konstruktion abreißen muss. Nur weil ich keinen Jetpack habe, um mich aus der... Äh, aus der Grube zu... Äh, schweben. Das ist der Cage mit der Nummer 2. Äh, mal meine Axt geholt. Äh, wo haben wir die Cages da? Da werden wir dann die Nummer 3 haben. Perfekt. Dann brauchen wir natürlich die 4. 1, 2, 3, 4 haben wir. Hm, wieso werdet ihr nicht weiter transportiert? Zur Not müsste ich unten alles auswechseln. Naja, gut. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Hebel, 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 zack, zack, zack. Mh, so, dann... So, dann... Soul Shards, äh, Tier 5, 1, 2, 3. Da brauchen wir jetzt das Chicken. Und dann brauchen wir das Schwein. Und natürlich das... Ähm, Schieb, äh... So, damit fangen wir an. Chicken. Pick. Und schieb. So. Das ist die 1. 1, dann bei die 2. Bei die... Hoppala. 3. Und natürlich bei die 4. Ja, so. Das haben wir. Und ich würde mal sagen, dann gucken wir mal. Da kommen doch schon ein paar Schweine geflogen. Ah, da kommen Hühner geflogen. Und da müsste jetzt alles geflogen kommen. Das nenne ich doch mal regnenden Tod. Gucken wir mal, was unsere Produktion macht. Da kommt Wolle. Da bleibt hängen. Also, das muss ich ja wahrscheinlich durch die Gesamt, durch die, äh, Transportbänder einfach auswechseln. Dann darfst du das kein Problem sein. Aber da kommt auch genügend an. Dann gucken wir mal in die Kiste. Da sehen wir... Ah. Da kommt schon einiges. Da kommen auch Eier an, sehe ich das sehr. Ja. So, dann machen wir den ganzen Kram mal aus. Und gucken mal oben aufs Dach, ob da jetzt hunderte von Monstern drin rumfliegen. Nein, es hält sich in Grenzen. Also, die Entfernung ist ganz gut bemessen. Ah, hier sehe ich gerade einen Fehler. Da habe ich noch einen Tank nicht komplett fertig gebaut. Der da ist aber fertig. Perfekt. Ey, das ist ja richtig, richtig gut. Das heißt, als nächstes kann ich mich mit den Monsterspunnern beschäftigen. Äh, Moment. Die Tank-Sachen hatte ich hier hinten in meiner Direktzugriffskiste. 15 Tank, die reichen. 36 Monster in der Sekunde. Ah. Natürlich. Das nenne ich doch mal einen Mobgrinder. So, ich weiß ganz genau, wir hatten einen Blaze-Spawner Tier 5 gehabt. Dann weiß ich, dass wir einen Spinnenspawner hatten. Tier 5, einen Zombie-Spawner. Die einzigen, die uns eigentlich gefehlt haben, war Gast definitiv. Gast hatte ich Tier 1 oder Tier 2 gehabt. Enderman, die hat dann die Oschel voll gemacht, weil die im End war. So. Ah, da fließt auch schon die Essenz. Ah, das geht ja rucki zucki hier. Perfekt. So, jetzt räumen wir mal hier oben ein bisschen auf. Opala. Beziehungsweise, nein, ich räume da jetzt nicht auf. Ich gucke jetzt mal hier, ob das einsammelbar ist, das Zeug. Ne, ist es nicht. Ob das jetzt ein Anzeige-Bug ist oder ob das tatsächlich existiert. Ah, es existiert tatsächlich. Das heißt, da müssen wir nacharbeiten. Das heißt, hier das Wasser weg machen. Und durch diese Conveyor-Belts komplett ersetzen. Ähm, das ist aber kein großes Problem. Das können wir so machen. Ähm, dann kriegen die Monster hier zwar ein bisschen Fallschaden. Aber anders geht's nicht. Aber die dürften eigentlich nicht sterben von der Höhe. Ähm, ich gucke mal kurz. Wie sieht's denn mit dem Fallschaden aus der Höhe aus? 1, 2, 3, 5. Schweine und so weiter und so fort. Und Schafe haben 8. Das heißt, mit 5 haben die noch kein Problem. Gut. Aber, dazu später mehr. Äh, ich würde das Ganze jetzt gerne mit Enderman ausprobieren. Das heißt, wir machen... Ah, nein, Quatsch. Dafür muss ich das Ganze erstmal... Ich muss das Ganze erstmal rufen. Also, erstmal ein Dach drauf machen. Das mache ich aber, äh, offline. Das braucht ihr jetzt nicht mitzukriegen. Wenn ich hier jetzt ein Dach baue. Das ist... Ich werde mir auch die Charts dann so geben. Und... Ja. Das Ganze so ein kleines bisschen dann fertig machen. Die müssen noch beschriftet werden. Und ich glaube, dann haben wir hier ein sehr... Einträgliches Geschäft. Gucken wir mal, was das gebracht hat. Jetzt... Von den jeweiligen Ressourcen. Gucken wir mal bei... 53 Eier. Ah, nehmt. Ah, ja. Hier. 200. 100. 100. Das ist ja... Eine ganze Menge Zeug. Also, ich glaube, äh... Da haben wir keine Probleme mehr. 700 Leder. Dürften wir auch keine Probleme mehr mitkriegen. Gut. Äh, solange ich im Creative bin, ähm... Gucke ich mal nach dem, was ich, ja, verloren hatte. Und, äh, war... Moment, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen aufräumen. Das weg, 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 ähm... Weg. Weg. So, und zwar... Miet. Hm. Wir hatten ja hier Raw Meat Blocks. Davon gebe ich mir mal einen kompletten Kasacham hier. Moment. Und, äh, Cooked Meat Blocks. Davon gebe ich mir auch mal einen kompletten. Außerdem... Meine schönen Mossy Brickstones. Davon hatte ich mir auch etliche gemacht. Die kann man ja schön craften. Indem man im Liquid Transposer nur ein bisschen Wasser dazu fügt. Und das sind nämlich die Materialien, aus denen ich hinten die Kuppel und das alles bauen werde. Äh, offline. Nur so, dass ihr das seht. Wie gesagt, äh, ein paar Spawn-Eier, äh, werden noch passieren. Also, ich weiß ganz genau, dass der Enderman, der Blaze, äh, als Spawn, ähm, Geschichte da waren. Äh, also Enderman, Blaze. Blaze ist durch, äh, den End. Da kann man ja mit den Soul-Charts die Spawner kaputt machen und somit die Charts unheimlich schnell auffüllen. Und der End ist voll mit Enderman, die die Oschel da freundlicherweise geschnetzelt hat für uns. Ähm, außerdem hatten wir von den normalen Monstern definitiv die Cave-Spiders gehabt. Wegen den, äh, ähm, Spawnern in den Caves. Also die Cave-Spiders. Und wir hatten voll gehabt von den normalen Monstern sonst noch gehabt. Ich glaub, ich muss mal, ich muss mal im Let's Play gucken, ob ich's finde. Aber die sind auf jeden Fall da gewesen. Ah ja, ich glaub, die Skelette hatten wir als Spawner 2 gefunden. Da waren wir auch voll. Ich bin mal, ich muss mal gucken, welches ich mir, mir auf welchem Tier gebe, damit's dem entspricht, was wir hatten. Ähm, auf jeden Fall ist meine Prämisse, dass das hier nachher mit weitestgehend allen Spawnern natürlich läuft, um einfach, äh, ja, die perfekte Tötungskammer zu werden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!